so okay drei münzen noch das schaffen wir auf jeden fall wir brauchen nämlich noch mindestens vier rote die zählen ja sowieso doppelt ja das passt schöne frage von dem hasen kommt ihr überhaupt noch mit den uploads hinterher ja so unerwartet erst so übelst lange pause und dann eins nach anderen die außer kanone geschossen okay jetzt konzentrieren sich welche auf leiden warum nicht auf mega mann das wird nichts ich krieg niemanden dazu mega mann zu schauen war die ganze arbeit umsonst ja ich hab keine hobbys da geht das schon das ist auch eine schöne antwort naja keine sorge es wird wieder die zeit kommen da wird es nicht so hoch frequentiert videos regnen naja vielleicht kommen dann einfach videos wo mehr zeit wieder drin steckt oder so was ich hab ja sowieso noch vor ich weiß nicht wenn ich den schritt in richtung virtual reality gehe würde ich wohl moment erstmal wollte ich den den die münze dann kann ich weiter reden wenn ich den schritt in richtung virtual reality gehe dann würde ich vielleicht auch über videos nachdenken wo nicht alles zu sehen ist also das ist ja dass ich dann wirklich compilations mehr mache aus guten stellen in dem spiel anstatt ganzer let's place auch schön oder natürlich naja gut virtual reality spiel es gibt jetzt noch einige die nicht so lange dauern bis sie durchgespielt sind so gleich hole ich mir als erstes den stern bevor ich den vergesse und danach habe ich die muss ja nur noch eine münze holen willkommen zurück herr leid mal 28 hey keine vollständigen namen hier nicht wenn die das nicht wollen entschuldigung jetzt bin ich runtergefallen oh mann so es war immer noch und heute wie lange es heute geht oh gott bis ich keine lusten bis 80 sterne oh gott das wird sehr lange dauern wenn ich jetzt erst 15 von 40 sternen die ich dafür brauche geholt habe aber wenigstens kommt jetzt gleich einer dazu so jetzt noch die kamera in die richtige richtung drehen und dann schaffe ich das schon irgendwie nicht war auch ein bisschen zu weit der sprung moment wenn ich da hoch gehe dann komme ich ja trotzdem nicht bei dem stern lang na gut mache ich so einfach so so komme ich auf jeden fall an den stern ran aber wo ist er jetzt da da drauf da ist er und ich habe ihn okay flippie das machen wir natürlich 80 sterne achten schande habe ich das wirklich gesagt okay jetzt gehen wir erstmal zu bau schuss ubersichtsplan das ist gut oh mein oh nix funktioniert so wie im n64 spiel steckt doch absicht dahinter ja ja wenigstens das leben hole ich mir so und die lebensenergie ist auch wieder voll hier gab es doch auch irgendwo mal rote münzen wenn ich mich nicht irre ooo nein 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 die denn alle also ich glaube eine war hier mit oben ja da ist sie so nein ich kann keiner setzen haar haar hab ich ja ein glück dass ich da wieder durch gefallen bin Feier. Wen kann keiner ersetzen? Kein Hase. Woppa. Es wird einen neuen Teil zu Layton... äh, nee, zu Ace Attorney geben. Ja, das weiß ich. Ace Attorney 6. Fünf gab's ja auch schon. Hübs. So, da oben war gerade ein Bob-Om. Zudem gehen wir mal hin. Ähm. Das Gravity Falls-Fan-Game würde dann heißen Gravity Falls.exe. Mit E. Nicht Punkt Achse. Mit A. Das war ja jetzt eine blöde Anzeige der ganzen Münzen. Das hilft mir nicht. Die waren nämlich alle so auf einer Reihe. Andererseits, ich müsste noch wissen, wo die sind. Wenn sie sich nicht großartig verschoben hätten, haben. Da ist noch was drunter. Oder... ach so, ich weiß, wie ich an die Münze dort komme. Stimmt. So, war hier noch irgendwo was? Ah, da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, hier jetzt... äh. Hat das geklappt? Nein, hat's nicht. Ha. So kommt man nämlich an diese Münze. Oh Gott. Hui. Hui. Spielst du auch die englischen Teile? Ja, das wärst du mal. Du lässt alles nochmal in anderen Sprachen. Oh Gott, nein. Nein, äh, 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 wieso gibt es denn, gibt es jetzt momentan einen, der nicht nur auf Japanisch draußen ist, der nicht auch in Deutsch erschienen ist? Ich dachte, der fünfte ist auch schon in anderen Sprachen erschienen. Oder ist Teil 5 nicht übersetzt worden? Die Frage, hat Maya dann auch richtig Brust? Oh. Was hab ich nur für Zuschauer? Ah. Die solche blöden Fragen stellen, natürlich hat sie richtig Brust. Nein, äh. Ah, nein, nein, nein. Och Mann, ey. Jetzt wird's gefährlich. Ich stell mir so einen Bio-Lehrer vor, ähm, Unterricht. Und mit Erwachsenenalter hat die Frau dort richtig Brust. Oh mein. Oh Gott. Oh Gott, ich brauch die Münzen da. So. Na, wenigstens einer von denen ist weg. So. Weiter geht's. Was ist hier drin? Ja, nur ein Leben. Die sind sowieso beim nächsten Starten wieder weg, oder? Möchte ich jetzt so meinen. Sollte so sein. Mhm. Ja, aber wo war jetzt eigentlich eine rote Münze? Ich weiß hier irgendwo auf diesem Weg gab's eine. Ich weiß noch nicht mehr wo. Ah, da ist sie. Ich hab's ja gesehen. Also muss ich doch hier hin. Tack, 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 tack. Dann muss ich hier warten. Und drauf. Und ich hab's gut. Wo sind deine langen Haare? Wahrscheinlich in irgendeinem... Die sind in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Die hab ich mir leider auch nicht aufgehoben. Tut mir leid. Ach stimmt, das kann man ja machen, wenn man so... Von lang auf kurz, ne? Könnte man. Ich soll schon Leute gegeben haben, die haben die immer noch irgendwo bei sich rumliegen. Aber ich geh ja jetzt nicht unbedingt dazu. Ah! Nicht mehr vielleicht auch. Oh nö! Das ist ein... Oh nö. Oder die landen halt in irgendeiner Brücke jetzt. Ich hab grad ein anderes Problem als Haare. Schwupp. Schwupp. So, diesmal schaffe ich das wieder nicht. Dreh den Shit echt über Brüste. Naja, irgendwann musste das ja kommen. Oh Gott. Hör doch auf, über Mayos Brüste zu reden. Die werden sowieso größer, wenn sie zu Mia wird. Das stimmt. Ja, ich mach das gleich so. So. Und tot. Ne, doch noch nicht. Das wär's ja jetzt noch. Ah, er hat gerettet. Was soll denn das jetzt, ey? Boah, nö. Och nö. Du wirst deine Haare verlosen können. Nein. Das mach ich doch nicht mit Haaren. Wenn's danach geht, das hätte ich schon längst machen können. Und zwar mit denen, die immer im... Die immer im Abfluss landen. Wenn... Weiß ich nicht, beim Baden duschen. Alles zusammengesammelt. Ja, ja, nein. Plus nicht. Ah. Boah. Das ist ungesund, was ich mache hier. Ich konzentriere mich ja gar nicht mehr richtig drauf. Ne, bei solchen Themen. Wie Brüste und Haare. Ja. Haare. Brusthaare. So. Na. Und höppa. Hier ist eine Münze, die will ich haben. Hui. Du, 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 du. Hier war noch eine rote Münze. Und hier geh ich jetzt rauf und hol mir die nächste. Dann gibt es fünf Schütteck. Was? Wovon gibt es fünf Schütteck? Münzen. Hast du denn oder nicht? Rote Münzen. Ja, jetzt gibt es nur noch Führer. Ja, hu. Führer. Die ich mir wollen könnte. Die ist unterirdisch. Wer ist unterirdisch? Ja, hu. Dein Niveau. Aber mein Niveau ist keine Die. Ja, hu. Wahoo. Ja, hu. Das wird auch wieder schön an die Münze zu kommen. Ich mach das jetzt, ich mach das jetzt auf die einfachste Art, die mir einfällt. Und verhaue dabei bestimmt das Ganze. Nee, ich mach das lieber doch auf die sichere Art. Oder auch nicht. Naja, ist auch sicher gewesen. Mehr oder weniger. Oh, nö, 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 nö. Nicht schon wieder. Oh, nö. Ach, das gibt's doch nicht. Oh, ganz knapp. Oh, und was für eine Präzision? Hey, hör auf damit. Blöd, Mann. Endlich. Puh. Hey, kann ich die restlichen so auch? Nein. Restlichen Münzen krieg ich so nicht. Oh Gott, diese Kamera. Diese Kamera. Komm, feinst. Flora hat mindestens 15, ey, ich weiß nicht. Wenig. Ist das so? Ja. Na, dann sollte man nicht unbedingt, äh... Ausgeprägte... Ja, Fantasien haben. Ja. Emi ist da schon anders. Ah, nein, 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 nein. Das gibt's doch nicht, oder? Alter. Was? Wieso bin ich... Wieso hat mir das den Rest gegeben? Das war doch nur Lava. Ich fass es nicht. Nur weil ich in dieser blöden Stage die acht roten Münzen will, dauert das so ewig. Oh, nein, nein, nein. Das hätte so gut geklappt. Das sah aber auch sehr gut aus. Ja, es war... Der erste Sprung war ja so, wie er sein sollte. Das Leben. Wie es nicht sein sollte. Ich fand... Ich würde jetzt eigentlich sogar lieber die Kamera vom N64 haben wollen, als die hier. Ich wollte gerade sagen, ich hab die bessere Erinnerung. Ja. So, jetzt diesmal. Egal, auch wenn ich dadurch jetzt was abgekriegt hab. Ah, es sieht doch schon besser aus, ein bisschen. Danke schön. So.